Jetzt wird gegrillt. Es schallt. Genauso wie die Geräusche von den Fahrzeugen, die Abgasen produzieren. Darauf wird jetzt gegrillt. Der Grill, der läuft. Das ist ein richtiger Elbegrill. Die sind geil. Ich habe Kraft im Blick. Ich nicht. So, jetzt wird die nach Knoblau riechende Riesenmade auch noch gegrillt. Ich liebe diese Riesenmaden auf Grill. Die sind richtig geil. Die schmecken voll cool. Die schmecken so saftig. So, der erste Fleisch ist fertig. Das schmeckt richtig geil. Also Grillen im Winter kann ich total empfehlen. Genau, ich glaube, wir haben jetzt Winterzeit. Also diese Jahreszeit zumindest. Wo man ihnen so eine 4-7-Jacke anziehen muss. Das grillen auch richtig geil. Das müsst ihr auch mal machen. Nicht nur die ganze Zeit auf Sommer warten. Ihr solltet auch mal Winter machen. Das ist voll geil. Die zeigt größte Intelligenz. Und ich bin superintelligent. Es hat ganz leicht hier angebraten. Aber die Hälfte ist auf jeden Fall noch roh. Aber vor allem ganz. Die kann man noch nicht essen. Aber der Einweggrill, der ist ausgegangen. Das heißt, wir können die Spieße jetzt nicht essen. Das ist voll scheiße.